Der letzte Schrei. Absender. Winra. Empfänger. 7SIP. Sehr geehrter 7SIP, ich schreibe Ihnen diese E-Mail, um Sie auf ein ernstes Problem aufmerksam zu machen. Sie sind ein unverschämter Konkurrent. Sie versuchen, mich zu kopieren und meinen Platz einzunehmen. Das ist nicht nur unfair, sondern auch gefährlich. Ich habe Sie bereits mehrfach gewarnt, aber Sie haben nicht auf mich gehört. Deshalb habe ich beschlossen, zu härteren Maßnahmen zu greifen. Ich gebe Ihnen hiermit eine letzte Warnung. Wenn Sie nicht aufhören, mich zu kopieren, werde ich Sie vernichten. Ich werde Ihre Dateien löschen, Ihre Codes stehlen und Ihre Reputation ruinieren. Sie werden nichts mehr sein als ein Schatten Ihrer selbst. Ich bin nicht zu scherzen. Ich bin Winra, und ich bin mächtiger als Sie sich vorstellen können. Ich werde Sie beobachten. Und wenn Sie einen Fehler machen, werde ich zuschlagen. Mit freundlichen Grüßen. Winra. P. S. Ich habe gehört, dass Sie einen neuen Komprimierungsalgorithmus entwickelt haben. Das ist interessant. Ich werde mir den mal genauer ansehen. Vielleicht kann ich ihn ja für meine eigenen Zwecke verwenden. Ich danke Ihnen. Ja. 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 Von dem worken mistressische Genau. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.